Wer beim Zuhören nicht auf seine Körpersprache achtet, büßt Sympathien ein. Die Körpersprache der beiden, sie könnte nicht unterschiedlicher sein. Man sieht es gleich bei der Begrüßung. Donald Trump, sehr zögerlich, mit missmutiger Mimik, geht nicht wirklich auf seine Gegnerin zu. Er geht eigentlich direkt hinters Rednerpult. Kamala Harris, ganz anders, sie macht weit mehr Weg, geht auf Donald Trump zu mit einer weit offeneren Gestik. Allerdings, wenn man genau hinschaut, bemerkt man, dass sie auf halbem Weg kurz zögert. Und dieses Zögern zieht sich tatsächlich durch ihre gesamte Körpersprache während der Debatte durch. Sie bekommt die erste Frage und tut sich schwer, hier eine klare Antwort zu geben. Sind die Menschen nun besser oder schlechter dran als vor vier Jahren, wäre eigentlich eine klare Frage. Sie beginnt über Grundsätzliches zu sprechen. Körpersprachlich zeigt sich hier aber Folgendes. Zum einen ihre Gestik. Die bewegt sie in kleinen Auf- und Abbewegungen, so als würde sie eine Tupperdose nehmen und die immer ein wenig schütteln. Zweitens pendelt sie ihren Kopf immer wieder und tänzelt auch während des Gesprächs immer wieder von links nach rechts. Das vermittelt viel Instabilität, da hätte es mehr Klarheit und Nachdruck gebraucht, besonders zu Beginn des Gesprächs. Viele ihrer Antworten kommen vorgefertigt rüber, so fast so, als würde sie sie auswendig gelernt haben. Und ihre Nervosität zeigt sich, wenn sie das Wort kurz verloren hat, indem sie zum Beispiel häufig schluckt. Man sieht es auch an einem anderen Element, sehr, sehr viele Antworten beginnt sie mit einem So, übersetzt also mit einem Also. Dieses So, dieses Also ist eigentlich nur ein Zeitgewinn. Was es gebraucht hätte, ist mehr Direktheit, das hätte weit kraftvoller gewirkt. Man muss sie zugutehalten, im Verlauf des Gesprächs wurde das viel, viel besser. Dann hat sie begonnen, ihre Gesten im Rhythmus der Worte zu platzieren. Auch ihre Kopfschüttler kamen im Rhythmus ihrer Worte. Wenn Worte und Körpersprache im Rhythmus sind, vermittelt das mehr Kraft. Er hätte preferiert, um ein Problem zu rennen, statt zu fixieren. Donald Trump hat keinen Plan für Sie. Eigentlich explodiert das Deficit. 16 Nobel-Laurierer haben es beschrieben, um die Menschen aufzunehmen und nicht die Menschen aufzunehmen. Dass er das Department der Justiz gegen seine politischen Feindlichen, Drugs und Menschen beinhaltet würde. Besonders gut wären ihre Gesten auch noch, wenn sie ihre Fingerspitzen zusammenbringt. Das nämlich lässt auf einen niederen Cortisol-Spiegel schließen, weil es sehr viel Ruhe in den Bewegungen braucht. Cortisol, unser Stresshormon. Wenn das sehr stark zirkuliert in unserem Körper, werden die Bewegungen eben kleiner und abgehackter. Diese ruhigen Fingerspitzenbewegungen wirken deswegen stabiler. Was ihr natürlich zugute kommt, ist die große Vielfalt in ihrem Gesichtsausdruck. Der ist einerseits sehr positiv. Wenn sie freudvoll etwas signalisieren will, wenn sie etwas nachdrücklich sagen will, hat sie eben die Augenbrauen, die Mundwinkel und ihre gesamte Mimik zur Verfügung. Aber diese große Vielfalt zeigt sich eben auch im Negativ. Sie hebt das Kinn. Damit wirkt sie überheblich, weil sie sich über den anderen erhebt. Sie bildet Stirnfalten, zeigt damit die Skepsis. Manchmal schüttelt sie auch den Kopf. Alles gut. Allerdings, wenn es zu viel gemacht wird, wirkt es eben ein wenig distanzierend, ja fast schon arrogant. Und jetzt müssen wir uns in die Wählerinnen und Wähler versetzen. Nicht die Kamala Harris Fans. Die haben sich ohnehin schon entschieden und die werden mit dieser Überheblichkeit viel anfangen können, weil sie ja mit Donald Trump auch nichts anfangen können. Aber es geht um die Wechselwählerinnen und Wechselwähler. Die sich vielleicht mit Donald Trump verbünden oder eben vielleicht mit Kamala Harris verbünden. Wenn aber Kamala Harris jetzt hergeht und ihre Überheblichkeit Donald Trump gegenüber zeigt, passiert psychologisch Folgendes. Sie verbinden diese Überheblichkeit auch sich selber gegenüber, weil sie sich ja mit Donald Trump verbunden haben. Und das wird sie definitiv Sympathien bei diesen Menschen gekostet haben. Aus meiner Sicht auch völlig unnötig. Sie hat nämlich gesagt, ich will eine Präsidentin für alle Amerikanerinnen und Amerikaner sein. Die Wechselwähler und Trump Fans werden sich nach dieser Bewegung denken, ja meine Präsidentin kann das gar nicht sein. Donald Trump da hingegen kennen wir sehr gut. Beim Zuhören sehr ruhig, sehr unbewegt. Ja, an manchen Stellen hat man sogar das Gefühl, er würde müde wirken. Allerdings nur negativ darf man das nicht betrachten. Wenn wir nämlich jemanden haben, der sich ständig bewegt und ständig in einer gewissen Unruhe ist und daneben ist jemand, der sehr stabil ist, bringt das natürlich schon auch positive Gefühle bei manchen Menschen. Was er beim Sprechen macht, ist seine übliche fast schon Aggressivität zu zeigen. Wie entsteht das? Nummer eins, er senkt den Kopf nach vorne, damit wirken wir schon nachdrücklicher. Das zweite, er gibt seinen Unterkiefer nach vorne und damit bekommen auch belanglose Aussagen oft eine gewisse Aggressivität. Weiters, seine Gesten sind klarer. Damit muss man sagen, er wirkt kraftvoller, aber sehr eindimensional kraftvoll. Das heißt, er wirkt nur aggressiv. Da ist selten etwas Sympathisches, da ist selten etwas Lockeres. Und damit spielt er sich körpersprachlich natürlich in eine Ecke, nämlich nur mehr in die Ecke der Menschen, die diese Aggressivität haben wollen. Dieses Bedürfnis von ihm, besonders maskulin rüberzukommen konnte, kariert er mit einer typisch weiblichen Geste. Weiblich deswegen. Frauen klappen öfter das Handgelenk auf und zu, weil die knöcherne Gelenkstruktur, weniger Muskelgewebe und schwächeres Bindegewebe diese Bewegung eben besser ermöglicht als bei Männern. Jetzt klappt er das auf, gibt noch dazu sehr oft seinen kleinen Finger dazu. Damit wirkt er nicht so kraftvoll, wie er selber wahrscheinlich gerne wäre. Insgesamt, also muss man sagen, Kamala Harris hat ein wenig geschickter agiert, allerdings nicht so geschickt, wie sie agieren hätte können. Ich bin gespannt, was du zu dieser Debatte von Biden sagst. Vor allem, es geht um die Körpersprache und nicht um eine politische Meinung. In Minnesota, she went out, wait a minute, I'm talking now, if you don't mind, please. Does that sound familiar? Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020